Ausgürfe, Spalke, Ostersonntag, Heimspieltag, ganz wichtige Partie heute gegen den LASK. Wir kommen zustande von Austria-Wien! Mit der Rücken Nr. 32, Partie, mit der Rücken Nr. 3, Julio, mit der Rücken Nr. 4, Jimmy, mit der Rücken Nr. 7, Max, mit der Rücken Nr. 8, Uro, und der Rücken Nr. 10, unser Kapitän, Alex, mit der Rücken Nr. 14, Christoph, mit der Rücken Nr. 16, Heidi Fallchenatz, Dominic, und der Rücken Nr. 17, Friedrich, mit der Rücken Nr. 28, Christoph, und mit der Rücken Nr. 30, Hinderstattel, und der Rücken Nr. 15, Vicky, mit der Rücken Nr. 19, Friedrich, mit der Rücken Nr. 15, mit der Rücken Nr. 15, Besan Demacu, mit der Rücken Nr. 18, Christian Schösskeier, die Rücken Nr. 23, Christian Cuevas, mit der Rücken Nr. 24, Alexander Volkowicz, mit der Rücken Nr. 26, Adol Tuchemann, und mit der Rücken Nr. 39, Paprit, Sakharia. Eure Applaus für die Rücken Nr. 15, und für unseren Cheftrainer Nr. 17, Berger.